so gleiche Moody gleiches Ding die wieder gut bei mir das Korbort der labert mehr oft Lohmann und die können ja nicht mit dem Labern scheiße und kommt da ja du hast den Zoom gesaltet und den Zoom da hast ein Heli da war ein Heli derateral wie fit gesagt war ein Heli hier haben Darunter closed off-cloth-cloth-cloth-cloth-cloth-cloth-cloth-cloth-cloth-cloth-cloth Hall of Lof auf obviamente die Punkte ich kann noch nicht mehr ne nein schade auf jeden fall guck mal das gebäude ist so darum sehe ich schon hier und das beste war das erzähl ich mal hin gestern habe ich natürlich auch schon zockt wie gesagt und das das gebäude auch abgestürzt aber das blöde war ich war da vorne im wasser und dann die bombtot kommt nicht so geil kommt ehrlich nicht so geil also müssen wir auch werden die eigentlich immer den heli ich will um an heli fliegen das kann auch sehr laut auf den ohren ich muss es gleich mal leise machen hier das ist ein panzer am fuß drauf ist keiner bitte sieht mich keiner die sehen mich auch nicht gut ok im stealth im so fucking op hoch 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 ihihihi ihihihi und oh hä wer war das denn ey was soll das denn jetzt so jetzt hoch nicht runter hoch da habe ich gerade jemand getrollt das habe ich gesehen so ei 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 Skyscraper ok die helis machen mir hier am meisten Angst weil die heli auch die helis auch am meisten nerven da fliegt er so sehr schön ok unter uns ist jemand interessiert mich aber irgendwie gar nicht weil ich hab oh fuck jetzt interessiert michs aha scheiße ich wollte eigentlich gar nicht unten ich bin nach oben hop 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 ok wow kommt hier jemand hoch da oben muss man immer gucken wow wow ne da ist einer von unserem team so der heli ist grad da der heli ist grad da schade da kommt grad einer hoch da kommt grad einer scheiße achso das war der heli ich dachte ich hätte Wut von einer Granate gekillt aber Wut ich hab gar nicht den da den da den da schnell 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 los 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 guck mal guck mal guck mal nein ich will gar nicht ach f*** dich erstens bam guck mal da sind ganz sicher welche oh fuck das gebäude bricht zusammen das gebäude bricht gerade eben zusammen das gebäude ist gerade eben zusammengebrochen scheiße aber jetzt habt ihr das gesehen ja da ist das gebäude alter und ich warte mal drinnen also das gebäude ist zusammengestürzt kann man nicht mehr retten aber das ist saugeul gemacht also es ist schön gemacht dass das alles einstürzen kann es ging ja schon bei 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 vorne ist ein Gegner ähm mit Company 2 aber jemand der es verbessert verbesserte Technik und Wut alter meine Fresse wie das suckt wenn niemand von nein das sag ich jetzt nicht weil sonst 2 deutlich wenn jemand von hinten kommt nee ich will da hin los ey du bist gestorben hm hm ok also das ist ich hab schon mehr Skills gekriegt allgemein xbox zacken aber ich bin da nicht gut nicht so gut hopp scheiße weil ich wieder Schaden gekriegt ist das ein Gegner oder ist das einer von uns nein au au einmal hinlegen ich hab grad ein bisschen Angst ich capture das einfach mal hier so ok 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 das ist und dann werde ich hier gesniped dann werde ich gesniped dann werde ich gesniped offen ich bin da und die woe ich frage war selbst live mein live mich Das ist nicht du und Nein Wo sind wir? Da ist er Alter Können wir mich nicht einfach in Ruhe lassen Wäre für alle angenehmer Zack Auch schon den ersten Nicht gemessert Mano Oder habe ich den gemessert? Ich weiß es gar nicht Muss ich nochmal in Aufnahme gucken Aua Ich bin mit dem Naso gegen gekommen Schau Ding 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 Wir müssen Wir kriegen Und diesen Scheiß Heli Der ist tot Pam Der Die scheiß Helis ey Wie kann ich damit so gut spielen Nach einem Tag Okay Die haben das im Battlefield 3 bestimmt schon mehr Lernt Übt Penis Ja Penis Ich hab Flack Wow Fickt euch Fickt euch alle Fickt euch Yes Wo ist das? Was ist das Na vorne 1 1 1 2 3 3 4 6 6 7 8 8 7 10 7 8 8 10 11 8 10 10 Fliege ich das Ding gerade? Verpissen Sie euch! Ich habe keinen Plan, wie ich das Ding fliege. Ich habe ehrlich keinen Plan. Ich bin eigentlich PC-Zucker. Da muss man einfach nur... irgendwas drücken. Ich habe keinen Plan. Ich weiß nicht, wie auch ein Heli fliegt. Ich habe das so gerne getan. Und da kommt ein... Tipp. Oh, fuck. Ich musste mich jetzt abfacken. Ich kack Sniper die. Und da hängt gerade eine Leiche in der Luft. Wow. Geh von nach vorne. Der kann es auf die Harte-Tool kriegen. Dann kriege ich das auch auf die Harte-Tool, wenn er so will. Wenn ich den wieder finde. Wo ist denn der jetzt? Ja, wo ist denn der jetzt? Ich werde den da vorne einfach mal so ausschalten. Oder so. Schade. Oh, fuck. Da ist ein Tank. Da ist ein Tank. Tank, 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 tank. Verpisst euch, verpisst euch alle. Da kommt ein Tank. Kann mich nicht sehen. Verpisst dich doch. Ich will einfach ein Hoch. Okay, Rainer. Wovon hat er den jetzt gekriegt. Meins. Mein, mein Kill. Nehme ich das hier gerade ein? Da ist ja noch einer. Okay. Oh, 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 oh. Oh, fuck. Also, der hatte Support dabei. Nehme ich mal Support. Vielleicht noch mal Sold. Gefällt mir am besten bisher. Meins. Iiii. Mein Kill. Mein Skill und mein Kill. Yeah. Ich bin ein Double-Reimer. What? Double-Reimer? Der Fug. Meine Fresse. Die sind noch schlechter als ich. Sorry, aber ist so. Also, manche sind schlechter als ich. Können wir ein bisschen konzentrieren. Eben die Gegner suchen. Wo bist du? Wo bist du? Komm hierhin. Da ist einer. Ich messer den mal. Zack. Manuel DLG. Null Kills. Nice. Yo, 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 yo. Läuft bei dir, Booty. Warte. Da vorne kommt gleich einer von rechts. Yo. Ach so. Das ist einer aus meinem Team. Da kommt einer. Da kommt drei. Da, Fug. Ach, da steht noch einer, ey. Der fiese. Das ist fies. Das ist eine hässliche Taktik. Das ist eine richtig ekelhafte Taktik. Was ist die ekelhafte, die ich kenne? Mann. Das ist gar nicht witzig. Taktik. So. Wo bist du? Ach, der ist wohl da reingefahren. Ist trank. Ist da noch irgendwo ein Heli? Ich habe mir voll das Gefühl, ich weiß, wie viel Kack das gerade hat. Ich glaube, ich habe mehr Bock hier auf Kills und ein bisschen zu gehen oder so. Als, ähm, gerade zu gewinnen, weil... What the fuck? Äh, weil ich sowieso zu schlecht bin dafür. Na, Jets. Ich habe... Ich mache jetzt einmal Kills. Ist da einer drauf? Wo? What the fuck? Okay, ist eine Beta, aber trotzdem. Fuck. 35 Hertz. Der hat doch 35 Hertz. Was steht jetzt los? Ach, ein Bug. Ah, 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 ah. Jo. Verpiss dich doch davon. Das ist ein Panzer. Ah, mein Bein. Ah, okay. Jetzt läuft wieder. Jetzt läuft man hier. Da vorne ist einer. Nein. Ach, komm. Ey, so ekelhaft kann man auch nicht sein. So schmantig. Meine Güte, ey. Wie schmantig man sein kann. Wie sowas nervt. Komm, nimm wieder mit. Oh. Meister wollte ich gar nicht. Was ist da hinten denn? Leute, ach so'n. Schade, ich wollte da runterkriechen. Das geht nem nicht. Man kann da so runterkriechen und dann... Die beste Fluchtmöglichkeit. Und bitte stirbt nicht. Ich hab's irgendwie voll im Urin. Wenn vorne einfach mal ein Panzer ist. So und dann so. Und ab. So kann man den Panzer nämlich mal ausweichen. Und dann hier weglaufen. Ich hab die Taktik, ja. Vorne war grad ein Gegner. Ein Prozent. Einen Prozent. Boah. Das war's knapp. Das war richtig knapp. Ey, Brie. Komm hier. Dann nicht. Wenn noch einmal hierhin kommt. Komm, Krieg mal. Bam. Einmal gehüttet. Ach, der ist weg, ne? Also so, so müsst ihr mal versuchen, den, äh, zu killen. Weil so geht das ehrlich. So ist das so leicht. Die ist so leicht nicht, aber... Wann musst du das machen? Das sind die Taktiks. Mann. Ich dachte, ich krieg den noch. Aber das war keine gute Idee. Nein. Nein. Äh. Oh. Da. Okay, das Video wird länger als gedacht. Und... Pam. Na, komm hier. fern 45 4 Lein Sacré der Sieg dick löchert das ist nicht wichtig schachtliche umgekehrt die Kindheit und kann ich ja auch nicht so ja sieht so aus So, der olle Pimmel der. Ja, wir haben jetzt sowieso verloren. 42, 41. Ach, wo laufe ich überhaupt lang? Was ist hier lang? Ich muss jetzt das Auto einmal neifen. War ich nicht, war ich nicht, war ich nicht. War ich nicht. War ich nicht. Not in my bed. Not in my bed. So. Okay. Ich muss jetzt lang. Zwischen den Hunderten aufs Gegner, Alter. Wie viele Gegner hier einfach mal sind. Weißt du? Wow. Der kam hier hinterher. Ach ne, der lief lang. Weiß hier ist einfach mal nix anderes als Gegner. Sechs. Vier. Nein. Nein. Ich will noch spawnen, ich will noch spawnen, ich will noch spawnen. Ja, ich bin noch gespawnt. So, halbwegs. Ja. Das war's jetzt von mir. Ähm, ich denke, ich werde das in zweiter Laufzeilen. Ne, zweiter Laufzeilen. Ja, das war's von mir. Hut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.